Ja, wir sind an den Typen dran. Besorgen Sie mir eine Liste seiner Kreditkarteneinkommen. Jawohl. Ich brauche eine Auflistung, Sämt, Fischertelefonate, Handy und Festnetz. Geht klar. Eine detaillierte Auswertung aller Fälle mit ähnlichem Ketteprofil. Gleichen Sie die Fingerabdrücke mit den Datenbanken ab und verbinden Sie mich mit der Spurensicherung. Ja, natürlich. Ja, mit sehr viel Käse und Peperoni extra. Besorgen Sie mir einen umweltfreundlichen Pappbecher. Ich brauche 0,25 Liter Kaffee. Heiß und frisch gebrüht. Und ein bisschen schneller. Zwei Stück Zucker sofort. Umrühren. Umrühren! Schnick, schnack, schnuck. Tja. Verloren. Pfeife. An was für einem Fall arbeiten wir eigentlich gerade? Dem Dombrowski-Fall. Wie weit bist du mit der Rasterfahndung? Mit der Rasterfahndung? Ja, die Rasterfahndung. Die Rasterfahndung. Ja, natürlich. Sag doch gleich. Rasterfahndung. Wie denkst du dir nicht die Rasterfahndung? Wie hast du deine Rasterfahndung? Hey, man, brother. Was's up? Come on, let's chill. Make it easy. Yo.